Hallo zusammen, ich bin der Loïc Meier und herzlich willkommen zu dem BKW Challenge. Heute haben wir den Daniel Juhl gegen den Ramon Senilzern. Erste Frage, wie viele Zuschauerinnen und Zuschauer verfolgen den Slalom in Kitzbühel durchschnittlich? 14.000, 45.000, 22.000? Daniel, das ist 14.000. Falsch! Wie oft musste das Hannenkamm Rennen aufgrund Schneemongels abgesagt werden? Dreimal, fünfmal, siebenmal? Ramon? Ja. Fünfmal. Falsch! Seit wann ist die BKW Sponsoren Swiss Ski? 2016, 2015 oder 2018? Daniel, 2015. Jawohl! In welchen Ländern wurden die ersten eigenen Skialpinen Skigebiete gebaut? Italien und Österreich, Schweiz und Österreich, Schweiz und Italien? Ja. Schweiz und Österreich. Jawohl! Welche Athletin gewann das erste Mal vier Kristallkugeln in einer Saison? Linzevan, Michaela Schifrin, Wreni Schneider. Daniel, Linzevan. Jawohl! Gut, gratuliere, Daniel, für deinen schönen Sieg. Da hast du deine Sunnybag für dich mitnehmen und immer dein Handy laden können. Gratuliere. Merci, Herr Mann.